Ich habe dich nie besonders gemocht. Ich werde zurückgehen, im Kraftwerk arbeiten. Wir zwei einnehmen, das singen wir unten morgen. Was machst du da? Ich spiele unser Lied. Manchmal wird mir am Ende eines Tages klar, dass ich sechs oder sieben Stunden geweint habe. Heute Morgen gab es einen hohen Austritt an Strahlung. Und du erzählst uns das alles, weil... Ich fand dich immer finster. Du meinst das ernst, oder? Steh auf, trauriger alter Mann. Weiss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020